Konrad Rebgen ist ein deutscher Historiker und emeritierter Professor an der Universität Bonn. Er gilt als Nestor der kirchlichen Zeitgeschichtsforschung. Konrad Rebgen wurde 1923 als Sohn eines Lehrers in Friedrich-Wilhelms-Hütte bei Treusdorf geboren. Sein Vater war aktives Mitglied der katholischen Deutschen Zentrumspartei und wurde nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 aus dem Dienst entlassen. Er legte ein 1941 Likasekunden-Abitur am Bonner Beethoven-Gymnasium ab und war von 1941 bis 1945 als Soldat an der Ostfront eingesetzt. Nach einer kurzen Kriegsgefangenschaft studierte er von 1945 bis 1950 Geschichte, Germanistik und Latein an der Universität Bonn. Dort trat er in die katholische Studentenverbindung K. St. V. Arminia Bonn ein. Im Jahre 1950 wurde er in Bonn bei Max Braubach mit der Dissertation Märzbewegung und Mai-Wahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland zum Dr. Phil. Promoviert. Von 1952 bis 1955 hielt er sich zu einem Forschungsaufenthalt am Deutschen Historischen Institut Rom auf. 1958 erfolgte an der Philosophischen Fakultät in Bonn die Habilitation mit der Arbeit die Römische Kurie und der Westfälische Friede, Papst, Kaiser und Reich. 1962 wurde er als ordentlicher Professor an die Universität des Saarlandes in Saarbrücken berufen. 1967 wurde er Nachfolger von Max Braubach auf dessen Konkordatslehrstuhl in Bonn und lehrte dort bis zu seiner Emeritierung 1988 als Professor für mittlere und neuere Geschichte. Von 1985 bis 1988 war er Dekan der Philosophischen Fakultät. Zwischenzeitlich war er von 1975 bis 1976 Visiting Fellow an der University of Oxford. Repton betreute an die 50 Promotionen und 7 Habilitationen. Zu seinen akademischen Schülern gehören Winfried Baumgart, Franz Busbach, Klaus Gotto, Ulrich von Hehl, Hans-Günter Hockertz, Markus Hautner, Christoph Kampmann und Carsten Ruppert. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf den editorischen Arbeiten zum frühneuzeitlichen Europa, aber auch zur Erforschung der politischen und sozialen Geschichte des 19. Jahrhunderts und 20. Jahrhunderts. Er lehnt die sozialwissenschaftlich ausgerichtete Bielefelder Schule ab und gilt als konservativer. Repton war über Jahrzehnte Leiter des Langzeitprojektes der Akta Persis Westphaliquet, das das Aktenmaterial zum westfälischen Frieden herausgibt. Repton veröffentlichte grundlegende Studien zur Reichs- und Kirchengeschichte, darunter das Standardwerk 30-jähriger Krieg und westfälischer Friede. Für seine Forschungen zum Dreißigjährigen Krieg und zum westfälischen Frieden wurde ihm 1998 der Historikerpreis der Stadt Münster verliehen. Außerdem war er von 1976 bis 1997 Leiter der Abteilung Akten der Reichskanzlei Regierung Hitler 1933 zu 1945. Er ist Mitglied der Britische Akademie der Kommission für Zeitgeschichte, der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien, der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften. 1989 wurde er Kommtur des päpstlichen Ritterordens des heiligen Gregors des Großen. 1995 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Bayreuth verliehen. 1998 erhielt er den Ehrenring der Görres-Gesellschaft und 2000 den Alfred Krupp-Wissenschaftspreis. Er wurde in die wissenschaftlichen Beiräte des Instituts für Zeitgeschichte und des Instituto Storico Italo Germanico berufen, Schriften, Monografien, Märzbewegung und Maiwahlen des Revolutionsjahres 1848 im Rheinland, Röhrscheid Bonn 1955, die römische Kurie und der westfälische Friede, Idee und Wirklichkeit des Papsttums im 16. und 17. Jahrhundert, Band 1, Papst, Kaiser und Reich. 1521 zu 1644 Zwei Teile Niemeyer, Tübingen 1962-65 Die Lehrerausbildung an der Universität Bonn Eine Denkschrift Buf Je Bonn 1987 ISBN 3-416-092139 Von der Reformation zur Gegenwart Beiträge zu Grundfragen der neuzeitlichen Geschichte Herausgegeben von Klaus Gottho und Hans-Günter Hockertz Schöning, Paderborn U.A. 1988 ISBN 3-506-77207-4 30-jähriger Krieg und westfälischer Friede Studien und Quellen Herausgegeben von Franz Busbach und Christoph Kampmann Schöning, Paderborn U.A. 1998 ISBN 3-506-733826 Herausgeberschaften mit Stefan Skalweit Spiegel der Geschichte Festgabe für Max Braubach zum 10. April 1964 Aschendorf Münster 1964 Mit Erwin Iserlo Reformata Reformander Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965 Zwei Teile Aschendorf Münster 1965 Die dynamische Rente in der Ära Adenauer und heute Belsa Stuttgart U.A. 1978 ISBN 3-76301-1900 Krieg und Politik 1618 zu 1648 Europäische Probleme und Perspektiven Oldenburg München 1988 ISBN 3-486-53761X Mit Rudolf Morsi Christen und Grundgesetz Schöning, Paderborn U.A. 1989 ISBN 3-506-75775X Das Herrscherbild im 17. Jahrhundert Aschendorf Münster 1991 ISBN 3-402-056704 Mit Reinhard Elze Studienbuchgeschichte Eine europäische Weltgeschichte Zwei Bände Auflage Klettkotter Stuttgart 1999 ISBN 3-60894-1665 Mit Hans Hart, Josef Isensee, Annette Schawan, Dieter Schwab, Polmigat zu Ehren, Schöning, Paderborn U.A. 2014 ISBN 9783-506-777591